Guten Morgen Berliner, suchen Sie qualitativ hochwertige Waren zu einem Bruchteil des Preises. Komplett zollfreie, bei Intershop haben wir Sie bedeckten. Lust auf einen Einkaufsbummel in den Osten? Springen Sie auf die U-Bahn und den Kopf auf mehr als auf Ihrem kleinen Stück des Ostens. Der Friedrichstraße. Sie können mit unseren Friedrichlage, wo Sie Ihr hart verdientes flotenden Währung verbringen, vertraut sein. Allerdings haben wir ein neues Pilotprogramm, das bald zur Verfügung Westberliner sein wird im Sommer des Jahres 1993. 1993. Einführungen Intershop Automat – ein Selbstbedienungskiosk für Premium-DDR-Waren, die Sie nicht in der Bundesrepublik Deutschland finden. Wir haben ein riesiges Vakuum-Röhren-Netzwerk aufgebaut, um Sie, unserer harte Währung Halter dienen. Während unsere Nachbarn im Westen verzetteln in politische Unentschlossenheit und Stillstand wird, der Osten viel erreichen. Erlauben Sie uns Ihnen die Schönheit der zentralen Planung zu teilen, Luxusgüter zu gehen. Wo die Menschen nicht, erfahren Sie, warum Ihre Landsleute stehen Schlange in Scharen.